So, wollen wir mal von woanders reingehen? Das können wir machen. Ich sehe einen, ich sehe eine Treppe links. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Wo ist der andere? Ich weiß nicht wo der zweite ist, keine Ahnung. Das könnte ich auch nicht sagen, aber hier liegt ein Fußball, hier können wir erstmal eine Runde kriegen. Zieh einen. Warte, ich gehe mal mit dem Schild vor. Die Türen müssen hier oben sein. Irgendwo mittig oben war kurz was. Oben, 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 genau da. Ob ich ihn? Ja, er ist auf jeden Fall hart nach hinten gegangen. Kontakt hier hinten. Tür rechts. Ich sehe es. Ich darf aber erst runter, ja, auf die Knie. Ich nehme den Heiko fest. Ja, der Typ, der auf die Knie gegangen ist. Wir ignorieren jetzt erstmal die ganzen Hirste, die hier rumlaufen. Ja. Ja, ja. Kontakt. Hab ihn. Stark. Kontakt. Zwei Heikos. Jetzt ne Arsch, zwei Heikos habe ich hier. Ja, wie gesagt, wir müssen erstmal die Mutter einsammeln. Gehst du hinten rein? Jo. Ähm, hier ist Clear. Dann geh ich weiter, hier sind noch zwei Türen, ja. Mach einfach mal auf. Ich glaube, das durchgelinst. Äh, ist ein Heiko drinne? Ja, mach öfgeschreit an. Hat er das zu? Dass er. Ja, ist nur ein Heiko, mir nicht. Und hier ist ein... Hier ist er draußen. Du musst ein Zeichen setzen, ne? Ja, du musst ein Zeichen setzen, dass du hier geile Eier hast. Ja, ich merke das schon. Das ist nur ein Heiko. Ja. Wir müssen die scheiß Bombe erstmal finden. Richtig, deswegen... ... kann man für uns ein... ... Typen jetzt hier unten rein sein. So... Waren wir da hinten jetzt schon? Ja, ne? Hm, hier ist so einer erschossen. Ich geh hier ran. Jo. Hier rum. Achtung, hier gehts weiter. Könnt sein, dass wir uns gleich in die Kräuer kommen. Ja. Ja. Ja, außen bereit. Jetzt wieder raus, ne? Da kann ich nicht mehr her. Okay, wir müssen ein bisschen hochgehen, oder? Ja. Wollen wir hier hochgehen oder über den Hauptgang? Wo haben wir schon zwei erschossen? Das müsste eigentlich... Ja. Hauptgang, ja. Ne, warte mal. Ich glaube, das letzte Mal, als ich die Mission hatte, war die hinten irgendwo in der Kantine. Ist das nicht in der Kantine? Ja. Oder... Der jault schon wieder ein, oder? Geh auf die Knie. Ja, lass ich jaulen. Nein. Weißt du lang? Äh, die Tür. Ich guck. Ja mal. Ich schau rein. Jo. Ähm... Da ist ein leerer Raum. Ne, Treppenraum. Aber ich sehe nichts weiter. Geisel. Geisel. Und da ist die Kantine. Und da war das letzte Mal eine Bombe. Ah, wir haben Civi erwischt. Ah, sorry. Wir haben aber erstmal Ordnung ins Chaos gebracht. Jetzt müssen wir ganz schnell die Bombe sehen. Was? Das war schon Ordnung im Chaos? Ja. Echt schon? Ja. Hier piept das... Ey, komm. Das können wir besser als das. Jetzt ist schon Ordnung im Chaos. Da sind wir da, glaube ich, drei Leute oder so. Ich schaue erstmal die Bombe. Dann sammeln wir die ganzen Hörste ein. Kannst du ja schon mal suchen. Das ist ja langweilig. Hier ist ja fast so ein Zivis da drin. Die Bombe ist entschärft. Ich kann dir jetzt einfach die ganzen Idioten einsammeln. Ja, das geht mir auch leid für dich, aber... Wie standest du halt für die Schüsse hier? Mit Kaution. Wir sind nicht hier für dich. Entry Team für Talk. Zivillen stehen bei für Trailer. Talk reporting. Roger, Trailer ist auf der Runde. Wir haben ja auch deswegen nur 10 Minuten Zeit, weil halt hier nicht so viele... Aber das waren jetzt... Wie viele Ronnies waren das jetzt? Vier oder fünf? Das ist ja gar nichts. Ja, war wirklich nicht viel. Talk to Entry Team. Roger, Entry Team. Great work. Ah, hier ist dann eine Bombe. Wir müssen Talk. Zivillen, gut zu gehen für die Reback. Talk to Entry Team. Stay here. Stay calm. Ja, dachte ich mir auch eine gute Idee eigentlich. Talk. We have a civilian in custody and ready for transport. Police, get down! Talk to Entry Team. Copy Entry Team. Notifying Trailer. Okay, also es sind zwei Bomben. Ah ja, gut. Jetzt müssen wir noch die Typen einsammeln und dann... ... mit Caution. Lightstick. This is Talk. Great work Entry Team. Keep it up. Ne? I'll make the Talk. Suspect is down. Notifying Trailer. Leave the Talk. Suspect is down. Notifying Trailer. Du hast denn hier oben schon wieder in den Arm weg geschossen? Ah, es kommt vor Mike. Ich war so müde zu besser. Ne, jetzt werden wir zu dem Kopf werden. Ah boah, es war das Fussabend, deswegen ist das okay. So, bist du jetzt oben? Ja. Das war vorne übrigens das Regal, was mich so irritiert hat. Die schrägen Regalfächer sahen... ... immer vorbei gehen aus wie... ...Psycho Treppenstufen. Also immer im Kopf zumindest. Okay. Ich muss so scheißen auf einmal. Also falls du es wissen wolltest, jetzt weißt du es. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Oh, es sind das viele Civis. Ja, du bist halt hier oben in der Schule. Ja. Normalerweise erwarte ich hier mehr Schützen als die Biese. Oh, du kriegst den goldenen Kabarettisch. Und demonetized. Unser Vorteil, wir haben hier keine Follower. Sowieso. DER DBEATING SPIRIT 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 HUGE SIEM Was habe ich denn gemacht? Zürge öffnet und der hat schon geblutet. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Der hat wirklich schon geblutet. Ja, ich hab auch keine Ahnung, ach ja, ich glaub draußen ist noch so eine Verrückte rumgerannt und umgekriegt. Ich geh mal raus. Ich hab den Boostball gewonnen. Mike, ich hab den Ball gewonnen. Wollen wir noch in den Bolt? Kann man machen. Kann man den schießen? Ja, kann man. Und weg ist er. Ich find ihn nicht mehr. Und ich sagte noch, schieß nicht auf den Ball. Ich muss es testen. Dann müssen wir vor das Haupthaus gehen, ja, da ist noch ein Ball. Ich hab auch grad keine Lust mehr, diese ganzen Idioten zu suchen. Aber wir sind schon fertig übrigens, ne? Auch mit den ganzen Trotteln? Ja, ein Ziel wie der Tod, der Rest ist schon fertig. Ach so, deswegen. Ja. Was? E? Nochmal, oder? Das ist ja scheiße. Persönlicher Bestwerte bei mir ist A. Nee, also mit EGW bin ich zufrieden. Das ist schon, das ist ja traurig. Ja, aber wenn du erstmal was wegbringen kannst. Ja.